wow gleich drei sache habe ich willkommen angeber ich habe die power sonnenblumen also power blumen freigeschaltet die mit elektro panzerkommandant das ist es wird zukunftskackteer ich bin auch genau zu zweit in meinem team läuft bei dir polacke weg ja der polack ist weg nico willst du dir das nicht auch kaufen momentan interessiert nicht das aber schade nico mal sehen kann ich erst da aus bettel schon holt was willst du da aus bettel von dann habe ich jemanden mit dem ich zacken kann soll er sich kaufen oder ich mir ihr wollt bist du pflanze ich komme uns zu zombies kann ich nicht so viel gegner im team sein bist du pflanze ja ich bin ja auch pflanze wasser teleporter keine ahnung suchen wir mal schnell ob wir rechts oder links ich schaue rechts durch haus links ich bin schon bei dir ich glaube er recht nein da habe ich dann geht das hier bei den musste nachladen habe ich den im knick im genick im knick bei uns ist das knick ersten knick im genick knackt immer wenn ich den hals drehe knackt ist ganz furchtbar ich glaube das ist nicht normal ja bobby wir sind zu dritt im team läuft stolz gegen nur sieben gegner wo man nicht viel machen kann ja mal gucken problem habe ich frage gar keine verbesserung für die v blume als dann spiele ich doch lieber die eine fresse was ein game von fahrer obloge das lande zackt ach du scheiße was ein kranz was ein abartiger kranz man soll meine einstellungen gesetzt hat was für einstellungen sowas wie ja keine ahnung welche pflanzen was ein mega krankes spiel was spielst du denn sonnenblumen jetzt was soll er 50 minuten hat das dem gedauert obwohl ein gegner aufgara der hammerball ist nicht alles wird ne jetzt fass ne jetzt fass ach guck mal kurz weg Ah. Was zupft. Storben, war Mist. Ich muss noch ne Abschlussserie beenden. Dann hab ich wieder ein Level Up. Oh, cool. Da hab ich sie beendet. Ja, ich war doch vorher schon Level 56. Okay. Das krieg ich alles hin. Aber wir haben es nicht gehalten. Ich muss mich immer muten, sonst hört man mich. Es pisst so an. Was heißt, du musst dich immer muten? Ja, wenn du Tap drückst, alles stimmt. Ich muss das drücken, sonst hört man mich. Hier im Voice Chat. Ich kann es irgendwann nicht ausmachen. Das ist doch kacke, ey. Klar, mittlerweile ist es nochmal ziemlich ausgeglichen. Wobei die immer noch zwei mehr sind, die Zombies. Aber... Aber die führen halt niemals. Ja klar, am Anfang waren wir zu dritt gegen sieben. Ich hab mal eins gegen fünf geschafft. Da war ich alleine gegen fünf Zombies. Da war das mit dem Golfplatz da. Ich hab's halt geschafft, dass sie ihr Golfkart da nicht reinschieben konnten. Oh, ihr Leute. Geht doch mal auf die drauf. Guckt nicht zu. Ja, da war ich jetzt selbst schuld dran. Ja, ja. Ich hab echt nur einen Kill. Das ist kacke. Ja. Ich... nur einen Kill. Die zwei Kids. Ähm... Niklas hat ja ein neues Video gemacht, ne? Mit dem, äh... Bau-Event. Bau-Event, ja. Mit dem John Cena. So behindert. Ich find's gut, ich find's gut. Ich hab mich so erschreckt, weil es so laut war, Alter. Denn sein Name war Jaws. Ja. Geil. Geil. Vor allem, wie er danach so zu mir guckt und so... und so nickt. So... Ja, der war flach. Als hätte ich eben das gesagt. Was soll denn das? Was soll denn das? Was soll denn das? Was soll denn das? Was soll denn der Titel? recht genau gespielt und versucht hat die Avalidger mit den Blitzen umzuballern Und er war derzeit ja im Vanished, das heißt, da hast du ihn gar nicht gesehen was du jetzt nehm? was du jetzt nehm? und versuchen wir das ganze mal hier zu verteidigen einer schon drin das ging ja zügig ich habe mit hier oben verteidigt keine ich gehe mal hoch ich bin gerade hier oben angekommen ok mal an die front unten ist niemand bleiben die denn sie wollen noch ihren teleporter bauen der handover fernkloppt bitte entwand mich ich bin unschuldig ich habe dieser typ mann das ist eine marke der hat unter jedes video von bobby irgendetwas von der geschehen ja und jetzt auch das ist schon so lange her ich glaube ich hatte sogar schon noch was ich weiß es nicht was denn so lange her kommt mal unten rein das bringt nichts ja was rum verteidigt niemand das war ein klasse team was wir da hatten ja wie niklas halt auch noch das video hochlädt wo er eine spieler kill versucht aber immerhin ein paar schöne punkte gebracht als so auch Bis zum nächsten Mal.